Der russische Präsident Putin verliert in Russland immer mehr die Gunst seiner wichtigsten Verbündeten. Das geht aus Angaben der amerikanischen Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung von Kirill Rogoff, einem russischen Publizisten im österreichischen Exil, hervor. Die Eliten stecken in einer Sackgasse. Sie haben Angst, zum Sündenbock für einen sinnlosen Krieg zu werden. Laut Insidern haben die russischen Eliten aus den Sektoren Wirtschaft und Politik wachsende starke Zweifel gegen den russischen Präsidenten, so Bloomberg. Sie haben den Krieg satt und wollen, dass er so schnell wie möglich endet. Aber sie bezweifeln, dass Wladimir Putin sich dafür einsetzen wird. Die Spannungen im Kreml weiten sich offenbar aus. Wagner-Chef Yevgeny Prigoschin übte bereits des Öfteren öffentlich Kritik gegen Putin aus.